Hallo und herzlich willkommen zu Electrical Island mit dem Kai und mit der eBay-Werbung, meins. 3, 2, 1, meins. Wir brauchen unbedingt Wolle. Ganz viel Wolle, bevor wir weitermachen. Warum Wolle? Können wir Wolle nicht genetisch herstellen oder so? Das ging jetzt ein bisschen falsch, aber warum können wir das nicht? Haben wir nicht irgendwo viel Wolle? Nein! Bevor wir da weitermachen, sollten wir Wolle haben aus Gründen. Wo ist ein Schirm? Und Strings. Okay. Aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen, um ein bisschen was zu machen. Wozu brauchst du das eigentlich? Das ist geheim, das sage ich dir nicht. Guck doch. Naja, da müsste ich ja gucken. Wo bist du denn? Aber so viele Strings habe ich gar nicht. Meet Viz. Oh, ich muss Perdito holen gehen. Warte, ich muss auch mal ganz kurz ein... Warte, ist das hier? Genau, Waypoints. Hier. Hallo, Kür. Nein, ich würde gerne rot. Für Perdito oder was? Kann ich den nicht editen? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Von mir kann ich den rot tonen. Oh, mich juckt's. An meinem großen Zeh. Also, nicht an dem großen Zeh, was ihr jetzt denkt, sondern an dem richtigen großen Zeh. Hm. Nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, ist es egal, welche Farbe der Wolle es hat? Ja, komplett wurscht. Nehm' jetzt... Nehm' ich jetzt... Das ist einfach. Das sieht ein bisschen rötlich aus. Ähm... Perdito. Hier muss ich hin. Die Frage ist bloß, wo ist das Perdito? Jetzt hätt ich nen kurzen Leck. Die Punkte überschneiden sich da hinten, deswegen kann ich's nicht lesen. Hallo, Jash. Feuer, Luft. Oh, hier sind nochmal weiße Pferde. Warte, ich... Kann ich... Kann ich irgendwie highlighten oder so ein Waypoint? Highlighten? Ja. Den so anklicken, dass der... Ich bin... Nicht, dass ich wüsste. Ah. 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 So bearbeitet nun Waypoints Bescheid. Okay. Ich hab'n... Äh, Dings bekommen. Dem Perdito gebe ich einfach ne andere... 115 Luft hab' ich grad bekommen durch so ne Aura-Naut. Schwarz. Ähm, du kannst mal gucken, ob du Wunder hier ein bisschen kriegst. Wuuuuh. Kümmer dich mal um die Schraube oder... Wuuuuh. Koi. Du musst ganz schnell zu mir kommen. Ich hab' eine Aura-Naut, die... Awesome ist. Komm bitte zu mir! Wo bist du? Komm zu mir, Teleportier mich zuerst, ey. Also, du sollst dich zu mir teleportieren. Bitte, danke. Guck dir das an! Guck dir die an! Guck dir die an! Ui! Guck dir die an! Ja, aber die ist... Oh, na scheiß Dreck. Ich mag Sinister-Notes nicht. Das ist ganz schlecht. Ist die nah bei uns? Äh... 425 so? Oh, die ist schon ziemlich nah. Ah, warte mal! Wie kann ich Stinks mitnehmen? Wie kann ich Stinks mitnehmen? Diese... Diese... Wie heißt's? Ähm... Diese Spawner mit Botteln auch? Kai. Ähm... Nein, du hast diese Ranch doch. Ah, stimmt! Ja! Ich hab' ja die Ranch! Ich hab' ja vollkommen vergessen. Ich wollt' immer schon sagen. Lass mich die... Ja, dann nimm die... Spawner mit. Tada! Ein Skelett und ein... Hinter dir ist... Achso, du hast schon alle. Warum sind die Schlechtkeit? Kann... Uh, Obsidian-Teile. Und neue Bomben für mich. Oh, ne Portalgun? Ja. Die gehört aber mir. Nö. Wie? Nö. Wer hat hier das gefunden? Ich hätt' dir auch gar nix davon sagen können. Rakai. Ich hätt' dir auch gar nix davon sagen können. So, ich... Nö. Nächstes Mal... Ich bin nicht mehr sicher, aber ich mein' so ne Sinister ist nicht so gut. Meinst du? Ja. Ich mein' das ist ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse. Guck dir mal das Gebiet auf der Karte an. Oh. Hi, na du schwarzer Klumpen-Scheiße. Wie geht's dir so, hm? Geht's dir gut? Ist das nicht dieses ekelhafte Gebiet, was sich ausbreitet? Warte, wo steht das Gebiet hier? Wo steht nochmal das Gebiet? Äh, F3. Ja, und wo? Warte. Dafür sind wir... Ach da! Plants? Und das hier ist... Er... Erie? 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 Ne, das ist nicht das böse Biom. Welches ist das anders da? Nö. 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 Vielleicht ist das nix. Das beste Biom ist von... von dem Mod ist der Forestwald. Ähm... Oh, guck mal, Kai, ich hab' die Firenode wieder gefunden. Die, wo wir hatten. Mhm. In der Wüste. Würde mich davon einfach echt mal ein bisschen fernhalten, ganz ehrlich. Also... Immer drauf jumpen und schön... Also... Gucken, dass der... Dass der Chunk nicht geladen ist. Ja, soll ich jetzt einfach aus Protest einfach mal so einen Chunkloader nebendran stellen? Auf maximal stellen. Das Gegenteil, eben nicht. Ach so. Oh. Ist aber doof. Ich will gucken, was passiert. Ich bin ein Beobachter. Ich geh' über das Meer hinaus. Alter, ist die... Ach so, ich hab' ja schon jetzt was gefunden. Hast du die schon gescannt? Die hat auch Peri... Periode oder... Ja, ja, das wollte ich ja. Das hab' ich ja schon. Noll. Der Server leckt grad. So leicht, ja. Echt? Oder ich bin am Ende der Welt gekommen. Nee. Der Server leckt. Ja. Und nicht nur leicht. Oh, hier sind Schafe. Oh. Weil ich grade über Wasser skate. Alter, leckt der Server. Aber ich kann nicht scharf nicht schärmen. Und was machst du denn, dass der Server so leckt? Ja, ich erkund' doch einfach nur. Jetzt kann ich eh grad nicht mehr erkunden. Weil ich keine Power mehr hab. Hä, was sind das für ein Biom? Nur mit großen Bäumen? Was ist das denn für ein Biom? Oh. Magical Forest? Uh, hallo! Nice! Such, such, such so ähm... Such so was, wie es in Dschungelbiomen gibt. So, so... Was aussieht wie diese Kakaobohnen. So ähnlich. Bloß in... Die sind so grün-blau-gelb so irgendwie. Ja, hab ich schon gefunden. Nimm so viele mit, wie es geht. Warum? Aber die... Ich hab keinen Platz mehr im Eventar. Ja. Ja, dann... Nimm halt nix mehr mit, wenn's nicht mehr geht. Aber die sind wichtig. Aber ich markier mir das, ja? Ja, genau, markier es dir. Und Schweine kannst du auch immer scheren, wenn... Ich hab keinen Dings dabei. Ähm... Magical. Was sieht Magical für so eine Farbe aus? So, jetzt kann ich heim. Hm. Was war das denn? Du Scheiß-Zombie. Du Scheiß-Zombie. Jetzt hab ich's einfach nur nix genannt. Ah, egal. Oder... Alter, denkst du das so ein Händler? Bleib stehen! Keiner muss zu mir kommen und den hinter Portalgun festhalten. Ey, Duta! Wie können wir den in ne Flasche stecken? Warte, ich probier's mal aus. Hast du ne Flasche? Ja, ich hab... Ich hab... Du, kleiner Wichs! Ich hab jetzt aber auch keine Blöcke... Oh, doch, ich hab Wolle, um ihn einzubauen. Ich teleportier mich mal zu dir. Ey, Duta! Bleib stehen! Wo bist du, Chris? Ja, ich bin hier! Bleib stehen! Wie halten wir nochmal Sachen fest? Mit G? Keine Ahnung. Oha! Ich hab' den geschlagen. Wie hast du den verärgert? Wenn ich mich auf den geschlagen hab. Kann man noch Portal schießen? Ich mein' nicht mehr, wenn ich was halte, oder? Du musst den Zug bringen. Der... ich habe noch zwei leben einfach was bringst du den hin machen wir irgendwie ein kleines gehege für den ich glaube ich hatte ihn nicht lang soll da sind noch zäune ein paar da wo du ein guck so ein kleines da ich wollte ich echt nicht schlagen ja tut mir leid verzeihst du mir ich lege der mich immer noch ist immer noch so auf mich ich habe nicht mehr jetzt komme ich hier nicht mehr raus toll kannst du mich zu dir telefonieren bitte mach es selbst bitte du hast aber kurz was weil tasten so nein habe ich nicht wie hast du nicht habe ich noch gespeichert habe ich nicht wo ist mein essen hin du kannst doch einfach b und dann tab drücken weil das doch dann aus dem spieler namen genommen wird kannst du musst nie die namen ausschreiben wir haben bisher noch keinen einzigen von den klauen doch da da wird alles hier rein was ich nicht brauche ne ford kommt sofort das ist hier das gold ich will immer gold hinwerfen hey ich habe gold für dich wie willst du kein gold oder was weiß nicht hast du den jetzt sagt verärgert der braucht zeit der will glänziges normal also eigentlich mag er gold der braucht zeit kai da muss ich jetzt davon die soll du kannst den scannen ne da und hat das gold aufgehoben also ich hab's nicht aufgehoben jetzt aufgehoben ich hab gold noch nicht gescannt habe ich gerade gesehen ne 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 gold hin jetzt habe ich es auch lol hier ist ein zombie lol wo kommt der her der ist geschwommen ich will dass er mich mag komm mag mich du kleine stück nein du der muss mich mögen weil ich schon mehr gold hingeworfen er hebt's geh mal weg chris lol der hat so sterne bekommen heißt das ich kann jetzt mit dem handeln ja ich kann mit dem handeln ich will jetzt auch mit dem handeln ich habe nochmal gold bekommen lol warum bekomme ich mein gold die ganze zeit zurück alter schenkt mir doch noch mehr blickst links gold rein drückst dann auf den würfel posten auf neid wischen das geht doch auch mit gold blöcken oder immer ein gold block ein gold block ja chris ist so ein depp und springt direkt wieder rein da war noch gold drin da war noch gold drin alter da geh mal weg warte doch mal ich kann jetzt nicht mehr mit dem handel echt nicht interessant kannst du echt nicht mehr mit dem handel ne ich glaube du brauchst jetzt neu achten zombie hinter dir ich wollte dich echt nicht schlagen da liegen noch gold ja das hab ich da ich mach das gold auch geh mal weg chris lass dir mal das gold aufheben vielleicht braucht er wieder zeit bis der handelt oder so hoher uhr kukul hat der gold cluster kann ich die nochmal pulverisieren sch scheiße wie viel hat der das pulver achten zwei gold cool ich weiß dass es mir gerade auffällt cinnebark cluster aber mit cinnebark cluster geht nicht in den hier ja ich hier dazu weiß dass sie auffällt ich habe keinen timer gestellt alter du bist doch so einen goldenen apfel bekommen von dem so nach ich weiß nicht was war ein glänzende jahren noch ab das andere ist nicht glänzen glaube ich für einen gold block habe ich noch ab für gekriegt der wie viel gold blöcke wert ist ich glaube vier stück oder so vier gold blöcke ist der wert kommt neun oder ich habe zwei blazes auch von dem bekommen nein ein apfel in der mitte also allerhöchstens fünf gold blöcke 8 gold blöcke zwei blaze swords ein sattel wo ist ein sattel great wood sapling wie cool ich habe ein great wood sapling dieser mod ist so buggy wenn ich den sapling setze dann packt er sich weg genau wie diese kleine pflanze da irgendwie darfst du darfst du nicht angucken sonst verschwindet er wieder ich hoffe mal dass der wächst du darfst den sapling nicht angucken das wie ein enderman der wird ganz böse keine ahnung warum der verschwindet wie die blumen ich hoffe mal dass er so einfach wächst jetzt ich habe ein bugged liquid forge das kann ich mal hier reinwerfen werfen wenn man fort verflüssigt dann in den in den fortune vielseitpunkt mal mehr raus habe ich gehört dann müssen wir mit forestry auch bald mal anfangen hier fliegt der wisp bleib stehen bräuchte mal wo ich hab dich gescannt du kleine wisp wo ist denn die ganze wolle habe die irgendwie reingelegt irgendwo griff wo ist unsere wolle hin ich habe die irgendwo reingelegt wo ist meine wolle hin kommt schnell ich hab die perfekte augen und einfach die hat viel geile sachen also eins davon kannst du nicht gebrauchen aber sonst ist sie gut wurde wurde dann ich zu mir immer diese teleportieren dann bin ich immer wieder so weit weg so weit ist es gar nicht das ist ein wald guckt genau über diese notes drin ja guck dir mal hier da warte da mal gucken was welche welche da hier die da hier hinter hinter dir wo dahinter dir die ist echt geil können wir schon not transportieren dann praktisch die gleiche ein warte mal trägt ach nee können wir können wir nicht ich weiß auch warum theoretisch möglich praktisch nicht tier um markieren die um mät risch praktisch kannst du mal noch mal bitte sagen was die für für stets hatte die hatte aqua feuer periode und dieses arbeiten also wasser warte war feuer periode jota tabela p und dieses werkzeug werkwerk schreibe ich so markiert also ich finde es so gut dass wir jetzt sowas haben ich habe keine uhr gestellt nur so aus hier guck dir die mal an hier guck mal hier war das ein spinnenbaum hier wo das hier ist hast du noch von diesen mana beans anna beans ja hab ich ein paar mitgenommen warum oh da fliegt ne viz ja hab ich schon gescannt ähm geh mal oh fuck da gehts ja runter geh mal bitte ähm nur schallplatten nice geh mal bitte hierher wo ich bin hierher hier 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 ah da rotes ich hoffe mal dass ich das richtige gesetzt hab ja hast du ähm nein 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 du solltest sie nicht wegschlagen was und zwar oder mach hier alter wiss scheißvieh lustes schlägt mich jetzt ist tot so warte lass mal hier so und zwar an dem baum wo hier das portal hängt bitte ein paar anbauen einfach so dann nicht alle nur ein paar also schon aber dass wir noch ein paar haben praktisch und das reicht also hier vielleicht kannst du noch oder so und dann hast wie viel hast du noch jetzt habe ich noch eine ja gut die die wachsen dann ähm lass mal einen junk loader holen ähm warte ich setze mal ein paar fackeln um die dings herum nicht dass da wenn wir eines tages mal da reinkommen dass ein grüber direkt vor uns steht ähm dazu brauche ich einen eisenblock haben wir eigentlich schon einen junk loader gemacht jano ja ja haben wir schon ja das ist mit dem gold ein bisschen aufpassen dafür du hättest mit dem wegrennen können hast du das holz wieder bekommen ja hab ich dann bau das mal wieder hin also zwei stöcke bau einfach den chunk hier ist ein bisschen wenig mach mal ein bisschen mehr oh kai scann das mal hier was wo ich bin was was scann das da hier das da das da über mir das über mir oh die auranode aber ich müsste aus der hier auch so ähm oder nö anscheinend nicht doch geht mein stab ist nur voll dann würde ich aber trotzdem mal sagen wir werden nicht vergessen um bis zum nächste mal wenn es heißt electrical island mit mir den gst d tschüss 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 auf auf nach um